Hey, willkommen zur dritten Folge von W.U.S. Weich auf Sky. In der heutigen Folge habe ich erstmal überleben müssen und habe gefühlt die ganze Folge nach Essen gesucht. Es ist tatsächlich interessanter, als es klingt. Und es sind sehr viele lustige Gespräche vorgekommen und die würde ich euch gerne heute zeigen. Viel Spaß mit der dritten Folge und auf bald. Sind die noch da, die Fliegedinge? Ja, die sind noch da. Warum hast du schon geschlafen im Bett hier in der Mitte? Ja. Ah, freut mich für dich. Warst du nicht alleine? Oh. Ich will warnen da noch. Ich habe richtig viel erkundet. Äh, einer. Das ist ja unglaublich. Ich weiß. Aber ich glaube, ich mache jetzt auch mal hier Schluss von der dritten Folge. Also Leute, wir sind ja bei Ghost vorbei. Der Junge ist nämlich richtig cool. Ja, 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 ja. Stimmt, wir brauchen ja noch eine Story, ne? Weil, wir haben uns ja wieder... Ach, Domi, da bist du ja. Ich habe dich endlich gefunden. Lol, das ist ja unglaublich. Jetzt fällt es uns ein, dass wir uns seit drei Monaten nicht mehr gesehen haben. Wo warst denn du? Das ist ja unglaublich. Ja, Pirates. Oh, ich habe dir so viel zu erzählen. Junge, ich war in Resistance. Ich habe dir so wenig zu erzählen. Ich habe dir absolut nichts zu erzählen. Im Aidschneider. Das war so langweilig. Ich habe nur kurz Hades und Zeus und alle besiegt, Alter. Da war ja nichts dran. Warum ist jetzt immer noch Nacht? Es soll mal wieder Tag werden. Ach, du siehst noch, dass Nacht ist? Ist es bei dir Tag oder was? Nein. Okay. Ich habe die Minimap oben links. Ach, du hast eine Minimap. Aber bitte piepst es raus, okay? Ach, dann bist du eh nicht auf, ne? Ich habe nicht mal was gehört. Was hast du denn gemacht? Ich habe nichts gesagt. Dann muss ich auch nichts rauspiepen. Ich habe wirklich nichts gehört, tatsächlich. Ach so, ja. Umso besser. Kann er jetzt wirklich Tag werden? Die Folge ist echt von... Ja, aber die fliegen da immer noch. Man, die sollen mal weggehen. Okay, also Leute. Ich mache jetzt auch mal hier kurz Schluss, ne? Ach, dann habe ich ja schon gesagt, ne? Das war die vierte Folge. Die ging jetzt 20 Sekunden. Aber ich nehme halt immer noch auf. Ich bin echt ein bisschen... Ich fand, die Folge, ja, die war super, ne? Wir standen hier auf einem Erdblock, auf Domi, äh, auf Ghostie drauf. Auf Ghostie, ja, ja. Auf Ghostie, Junge. Auf Ghostie, ja, das ist doch... Ja, so durfte ich mich aber nicht nennen. So durfte ich mich nicht nennen. Aber war schon belegt. Ja, richtig. Also, ich beende jetzt, glaube ich, echt mal die Aufnahme. Wird langsam mal Zeit, ey. Ich habe den gehauen, greife ich mich jetzt an. Ja? Hat irgendwer von euch einen Eimer, den ich mir kurz ausbauen könnte? Bist du runtergefallen mit Eimer zusammen? Ja. Ja, bin ich auch. Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin hier drin eingesperrt, tatsächlich. Ah, hier. Ich klau mir mal den Eimer. Ich bräuchte ihn, bitte. Bin ich nicht verlieren, ey? Nö, nö. Kannst du verlieren. Ich bin ganz vorsichtig. Ich bringe ihn dir in zwei Minuten... Das ist meiner immer noch, ne? Nur so am Rande. Du kannst nicht reden, du bist eingesperrt. Da, stimmt. Ja. Domi, du schläfst mir in den Eimer, wenn er einmal verliert. Nein, nein, ich vertraue Noah. Ich vertraue ihm auch, tatsächlich. Der hat, guck, der hat gerade einen Phantom, der er hier kaputt gemacht. Siehst du? Cool. Ich finde nur der andere, der mich haben will. Der verbrennt jeden Moment, aber er ist nicht tief genug unten. Ja, ich sehe schon. Warte, 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 warte. Bisschen attackieren. Warte, jetzt. Okay, ich komme nicht hin. Also Leute, wenn ihr einen Kill haben wollt, ich bin One-Head vielleicht sogar, ne? Achso, warte. Mit dem Schwert aber, mit dem Schwert, nicht mit der Fuß. Achso, auch mit dem Schwert, auch man, das ist ja langweilig. Oh nein. Oh oh. Was ist? Ich habe den Eimer verloren. Kann ich meinen Eimer noch haben? Wer hat davor? Hallo? Vielleicht werde ich meinen Eimer nicht wieder sehen. Er hat ihn mir geklaut. Ne, alles gut. Im Mensch, der springt jetzt runter. Er verbrennt. Ich kann wieder raus. Okay. Dann bringt mir die Mittel jetzt aber auch nichts mehr, wenn es Tag ist, ne? Aber ich kann mal... Reicht das Spawnpoint setzen dafür? Ich hoffe es, ja, weil mich haben die ja nicht angegriffen. Ich habe auch noch nie geschlafen. Ich wollte was zu essen, ey, holy. Ja. Aber du hast ja richtig viele Nachbarn. Ich wollte mal alle besuchen. Aber... Just Noah. Also Noah kam ja auch ein bisschen später erst dazu. Wieso habe ich das jetzt nicht aufgenommen mit dem Eimer auch, Mann? Das war richtig lustig. Ich habe jetzt... Ich nehme jetzt halt auch so, ne? Aber das mit dem Eimer, das habe ich jetzt eigentlich nicht drin. Wollen wir mal meinen linken Nachbarn besuchen? Ich glaube, den kennen wir aus dem zukünftigen Projektanwalt, ne? Echt? Frag mal, ob der vielleicht was zu essen hat für mich. Was tippst du? Ah, hallo! Da bin ich wieder! Hallo, hallo! Ja, was, ähm... Ich bräuchte was zu essen. Hast du was für mich? Äh, ich habe einen Apfel. Das ist zu wenig. Ich habe nur drei Keulen. Ja, das ist eigentlich zwei Äpfel. Oh, langsam kommen wir dir näher. Ja, und du kannst dir immer King of Ender fragen. Hat er genug, ja. Ich weiß es nicht. Alter, da ist ja eine ganze Baumfarm entstanden. Ja, manche übertreiben echt schon am Anfang, ja, ja. Sagt der Typ da hinten mit der ganzen Festung. Ey, das ist keine Festung. Aber was hast du für einen Riesenbaum bekommen, ey? Ja, den lade ich jetzt erstmal stehen. Vielleicht brauche ich dann ein unerschönes Baumhaus da aus. Oh, gute Idee. Wollte schon ein bisschen was klauen, aber jetzt, wo hast du gesagt. Aber die Lava ist ein bisschen unsicher, das weißt du, ne? Aber... Wieso? Also ich heiße ja nicht die Noah. Oh Gott. Nix passiert. Ja, du musst da mit Holz noch zu holen. Ich habe zwei Herzen verloren, Alter. Okay, ich kann mir mal meinen Spawnpoint setzen, Domi. Damit ich nicht nochmal... Ja. Warte, der Weg in die Mitte ist... Können wir erst den Nachbarn besuchen, oder? Komm, wir laufen einmal aus der Runde. Der Weg ist noch nicht fertig, ne? Leider. Ah, ja, der... Wir nehmen jetzt einen anderen Weg. Ja, achso, ja gut. Komm, setz dich auf mich drauf, dann können wir auch rennen. Na, nee, ich vertraue dir wirklich überhaupt kein Stück, das ist das Ding. Du hast noch ein neues Leben, Junge. Nee, ich will mein Leben behalten, noch. Achso. Ich bin so minderwertig, weil ich ein neues Leben habe. Richtig, das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Dann renne ich halt vor, du kommst auch immer nach... Warte, ist der Weg in die Mitte nach links? Ja. Ja, nicht mal getroffen. Bist du langsam, ne? Ja, renn halt. Ja, renn doch, renn doch, renn doch, renn doch, ja. Ja, ist okay, mach halt dich halt über ältere Menschen lustig. Ja. Komm, ich habe hier eine Kiste rein. Oh, da ist sogar nichts zu essen drin. Okay, willst du mal Leute wissen hier? King of Ender. Ach, der ist weg. Wo ist denn der? Der hat auch eine krasse Insel, muss ich sagen. Ja, meine ist genauso weit. Ja, geh mal vor, ich will nicht vorlaufen mit meinem... Ich habe irgendwie Angst, dass du mich schubst. Das weiß ich nicht, warum soll ich das machen? Ich bin ein ehrenhafter Schüler. Weil du böse bist. Das ist richtig. Mann. Huah! Huah! Na, renn doch. Ich würde ja gern. Schau doch nicht in jede Kiste rein. Warum sind alle Inseln jetzt leer? Sind die alle schon geläftet? Die sind alle schon weg. Ne, die sind eigentlich noch alle da. Ey, na. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hast du rein zufällig 80 Steaks? Ich habe Hunger. Ja, klar, ja. Achso, danke dir. Wo dann? Leider nicht. Ah, mhm. Na, aber schön viel Gras hast du ja. Du musst wie dem Spieler mal reiten. Das ist dein Kleine. Das ist mein Ziel. Wenn ich das geschafft habe, kann ich gehen hier. Ich finde aber deine Erde hier, dein Gras voll cool. Du hast echt ein gutes Gebiet erwischt. Das ist echt zu dunkel, grün. Man, das ist richtig hellgrün. Recht schön. Oh, oh. Oh, das ist ein Wassereimer. Weißt du, der hat immer noch meinen Wassereimer. Oh, guck mal, ich habe sogar... Das ist deine Fackel. Oh, guck mal, ich habe den Erfolg einfach weggecheatet. Ich habe die gar nicht gekraftet. Achso, wo geht es denn da hinten lang? Trotzdem habe ich den Erfolg bekommen. Wo geht es denn da hinten lang? Da hinten lang. Ja. Noch nirgendwo hin, da entsteht eine Mobfarm. Ach, jetzt schon? So früh hast du die Idee? Ja, klar. Brauchen wir eigentlich nur Blöcke und Wasser. Oh, du hast die... Das hast du aber ein viel besser gebaut. Ich habe viel... Das wird immer gebaut. Okay, alles klar. Ja, ich... Ja, ja. Sorry, du spielst Minecraft zum ersten Mal, habe ich recht? Ja. Ja, dachte ich mir schon. Ich habe 1000 Koppel gekauft. Achso. Plötzlich war ich hier. Ja, okay. Ja, dann wir sind auf dem Weg in die Mitte, ne? Tschüss, ne? Ey. Wir sind da. Bitte nicht. Oh, Mann, okay. Aber wir können eins weiter. Ich war schon. Ja, ist gut, ich überlebe da schon. Soll ich dir einen Schubs geben? Wer kommt da rein? Hi, na. Habt ihr rennt so etwas zu essen für mich? Ich bin fast tot. Hallo. Wir haben auch nicht. Ich habe auch noch drei. Das Problem war... Ja, ich auch. Ich habe eine Toilette abbauen und darf einen Apfel haben. Oh, da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Gib mir den Apfel, bitte. Ich habe einen Apfel. Nein. Ich habe einen Apfel. Glückwunsch mal. Packen das Schwert aus. Ich kann halt noch rennen, ne? Ich kann... Na, komm, komm hier. Der bringt mir ja nichts. Ich regeneriere trotzdem nicht. Das Ding. Ach, schade. Ja, aber dann nehmen wir das. Wenn du brauchst, nehmen wir das. Ich habe auch noch vier Herzen. Okay, danke. Wir sehen uns, Domi. Wir sehen uns. Hier gehst du jetzt schon? Ja, also nein. Also ich gehe jetzt nicht offline, aber ich gehe wieder zurück. Hey, Domi, hier ist kein Weg in die Mitte. Du hast mich langgeführt, wo nichts ist. Nein. Nein, wir wollen nur was deinen Leuten Hallo sagen. Seid gewarnt. Hier ist Crystal. Da auch noch reiten? Kann ich ein paar Blöcke von dir klauen? Die auch noch reiten? Hallo, hallo. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Aber seid gewarnt. Crafting Mom, Tobi und Lucien verlangen Gebühren für das Betreten ihres Grundstücks. Was sind die denn? Das ist, ähm... In welche Richtung sind die denn? Äh, in die Richtung. Wir gehen in die andere Richtung. Bei Lucien geht es auch nicht weiter. Also da fehlt eine Brücke. Alles klar. Aber ich bin auf den Neweil. Das ist eine Sackgasse. Dann gehe ich nochmal zurück. Na, tschüss, Domi. Na, viel Spaß mit denen. Tschüss. Ich gehe nochmal weiter, ne? Achso. Tschüss. Komm, Yoshi. Tschüss. Tschüss. Lad dich zu meinem Zuhause. Mann, ey, ich fühl mich so unglaublich schnell. Komm, ich glaube, du kannst auf mich drauf. Ey, na, ich würde in die Richtung nicht gehen, da ist nichts so nett. Ich fühl mich sehr, sehr unsicher. Ich mich auch, gerade. Weißt du, ich hab vorhin so ein Schwert gecraftet. Ich glaub, das tut echt weh, wenn ich jemanden schlaue. Hallo. Oh, das ist eine sehr tolle Brücke. Darf ich mal jemanden schlaue? Boah, die Brücke ist richtig einladen. Da kannst du richtig drüberlaufen, sogar zickzack. Darauf kannst du kämpfen. Das ist einfach größer wie mein Wunsch. Das ist mega lustig. Das wäre auch echt gemein, wenn die Brücke die ganze Zeit dreifelt. Ja, wie hast du Bedenken des Todes? Bitte, als Crafter, bitte setz dich mit drauf. Ich glaub, das macht der nicht, weil der nicht komplett bescheuert ist. Wie eine andere Person hier. Das Ding ist, wenn der untere sneakt, fällt der obere da nicht runter. Das ist richtig, ja. Weiß gar nicht, warum er mir so viel Vertrauen schenkt. Also quasi so Vertrauenstest mäßig. Ja, okay. Los, Ghost, bitte. Bitte nicht sneaken, bitte nicht. Was ist denn das für eine Wasserschlacht? Was ist hier eigentlich passiert? Das weiß ich, das hat das gleiche Wunderlich auch, als ich losgelaufen bin. Ah, ich brenne. Oh, geht's Wasser, geht's Wasser. Oh, Junge. Vier Herzen. Ich seh dich im nächsten Leben wieder, ja. Tschüss. Tschüss. Das habe ich nie gesagt, ne? Ich würde ja jetzt da drauf, aber mein Vertrauen ist nicht so hoch. Hä, was denkst du denn? Wenn du ihn nicht mehr brauchst, dann... Du kannst meine Quelle veroppenutzen. Ah, du hast selber eine gebaut. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, dann leg ihn mir in die Kiste. Okay, hast du mich gehört? Hast du mich gehört? Äh, ich habe ihn schon wieder in die Kiste gepackt. Achso, ja, du kannst ihn auch wieder haben, wenn du möchtest. Alles gut, ich brauche ihn gerade nicht. Äh, nee, nee, ich brauchst du nur eine unendliche Wasserkörle. Okay. Ich würde gerne jetzt endlich mal in die Mitte, damit ich eigentlich meinen Spawnpon setzen kann und damit diese Viecher mich nicht mehr haben wollen. Komm raus auf den Baum. Hallo. Äh, komm raus auf den Baum. Hallo. Hallo. Hast du es für mich? Nee, ich brauche selbst Äpfel gerade. Ich habe alle meine Äpfel verschenkt. Ich hatte insgesamt, glaube ich, so um die 10 Äpfel habe ich alle verschenkt. Boah, habe ich keinen einzigen davon abbekommen, bitte. Woher kommt dieser Äpfel? Ich weiß nicht. Koopa hat ganz viele Äpfel. Sneak mal. Wie geil ist, wenn dieser Äpfel kommt, ich danke. So, okay, also ihr habt schon einen Weg zur Mitte, so. Ist der schon fertig? Ja, der ist fertig. Da ist ein Schaf auch in der Mitte. Das würde ich hier ranholen gleich. Das bedeutet, ich werde jetzt alle meine Ressourcen nehmen, um da raus jetzt ein Schaf zu kommen. Ist der Weg in die Mitte fertig, ja, okay. Ja, der ist nicht fertig. Los, renn mal bitte. Ich kann nicht rennen, du weißt, dass ich nicht rennen kann, ja. Da soll ich rennen. Nee, ich vertraue dir wirklich kein Stück. Vielleicht hier nicht tauschen. Also ich könnte wirklich rennen, aber ich würde sneak. Ja, aber das Vertrauen in dir ist bei mir sehr hoch. Lass, soll ich mal sneaken und gucken, wo du landest? Nein, nein, bitte nicht. Ich habe einen Setzling dabei. Oh, wow. Ich traue mich nicht mal E zu drücken. Drück mal alte 4. Okay, dann sitze ich so in der Luft. Achso, ah. Oh nein, Taubig versucht der arme Junge. Das ist immer so schlimm, wenn man jemanden unten links sterben sieht, ey. Ja. Aber da hinten ist einfach der Weg noch gar nicht fertig, ne. Okay, jetzt bitte nicht sneaken, bitte. Das kam ein bisschen zu spät. Digga, noch ein neues. Das war echt knapp, es tut mir echt leid ein bisschen. Hier ist richtig neblig. Darf ich das Bett? Wo sind die, wo sind die mit? Dann müssen ich nach da oben. Nein, nein, komm, komm, komm. Ja, komm. Hallo. Ich hoffe, ich fall jetzt nicht runter. Also wenn ich jetzt Voll-Damage bekomme, ne, dann muss ich echt... Wenn ich eher 4. Oh. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Ich bin gerade voll erschrocken. Ich habe überlebt. Das ist ja unglaublich. Hey, ich bin ja mal auf der Reiten. Wir sind da, da unten. Wir haben, wir haben gecheatet. Wir können fliegen. Ja. Da, 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 guck, hier. Da, da, da. Okay, ähm. Ich habe jetzt sowieso mein Ding jetzt kaputt gemacht. Ich hoffe, die Viecher wollen mich nicht mehr haben, ey. Mein Lava habe ich jetzt kaputt gemacht. Ich bin in den Lava gesprungen und wollte mich löschen. Sechs Leben und du Arme, was ist denn passiert? Das kommt davon, wenn man es nicht gewohnt ist, die Shift-Taste dauerhaft gedrückt zu haben. Ja, gut. Ich habe jetzt gestern den Tipp gekriegt und ich drücke halt immer noch drauf. Ja, man kann, ja, doch, glaube ich, wenn du den lieben Gott fragst. Den lieben Gott? Kann ich den lieben Gott fragen? Im Chat wahrscheinlich. Oh Gott, du hast mal Knackarsch. Danke. Ich, ich, ich lasse euch beiden mal in Ruhe, ja. Hey, du bist gestorben, mein Glückwunsch. Zweimal. Aber ihr seid, ihr seid doch hier die ganze Piratenbande, ne? Ihr wart doch alle bei Pirates dabei, oder? Außer, außer Ghost. Ja, ist ja gut. Ja. Ich bin nicht gestorben, ich bin tatsächlich hergekommen. Ich weiß, ich bin auch hergekommen, ja. Aber wieder wegkommen ist die andere, ist die andere Sache. Ich kann fliegen. Ja, mit den Lüren. Das freut mich wirklich. Ich such gerade meine, meine Insel. Noah, kann ich dir den Apfel klauen, damit ich sprinten kann, wenigstens? Nein, den verkaufe ich gerade, den verkaufe ich an Lucien für wertvolles Holz. Wertvolles Holz, ja. Ja, ich bin zu faul zu warten, bis der Baum wächst. Verständlich. Müssten, Domi, sind die Dinger schon gespawnt? Würden die jetzt schon gespawnt sein? Da oben, da, 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 guck da oben. Oh Gott, ich hab... Da fliegt sogar keiner auf irgendeinen drauf. Der fliegt jetzt wieder auf mich drauf? Oh mein Gott, echt jetzt? Nö, er fliegt auf. Doch, doch, doch. Wo ist das Bett nochmal? Wo ist das Bett nochmal gewesen? Hier, komm schnell mit. Komm schnell mit, komm schnell mit. Ich komm auch mit, ich komm auch mit. Ich brauche auch ein Bett. Hier war es doch nicht, warte, andere Seite. Ja gut, ich habe ja keinen Druck, ne? Ich hab doch gar keinen Druck. Hier war es. Auch nicht. Ey, Domi, das ist, ich glaube, ich die selber suchen. Hier ist es, jetzt hab ich, jetzt hab ich. Da, guck, komm. Wo bist du denn? Im Bett. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Warte, warte, warte. Da hinten? Hi. Da ist ein Domi. Ja. Oh man, jetzt kann ich nicht auf die Reiten. Haben wir mehrere Betten oder nur das eine? Wir haben sogar mehrere. Sind die Phantome jetzt weg von mir? Ist die Frage der Fragen? Das ist eine gute Frage. Da ist noch einer, aber ich glaube, der greift dich nicht an. Gucken wir mal, ich einschlage die noch aus. Achso, na dann. Sie hat meine Insel gesehen, ich meine, ich hätte sie links geparkt. Nein, das war rechts. Weißt du wirklich nicht, wo deine Insel ist? Okay, anscheinend kräft ihr mich nicht mehr an, okay. Ich muss noch mal gucken, ich bin nicht so der Koordinator. Oh, ich flieg da mal zurück, ne? Okay, ich komm mit. Ach nee, weil du bist da ganz so anders als... Ja, oh man. Viel Erfolg. Danke. Danke. Ich gebe mir Schubs zu gucken, weil ich kann dir keinen Schubs geben. Boah, ich wollte schon sagen. Schau mal, wie viel Wasser auf meiner Insel ist. Wo bist du? Ach, da. Deine Insel ist halt so cool. Das ist halt krass, du wohnst da hinten, ne? Ja. Ja, ich höre dich nicht mehr. Okay, das Fliegen ist doch sehr, sehr simpel, wenn die Inseln größer sind. Hey, guten Tag. Wie geht's dir so? Günther, was? Was, Günther? Günther, ach ja, hallo. Ja, grüß Gott, na? Schöne Wanderplattform hier gebaut, muss ich sagen. Ja, ja, ich wollte noch mehr Bäume. Du hast gesagt, du hast Essen für mich, habe ich gehört, von der anderen Seite der Insel. Ich hatte Essen für dich, Elsa. Ich habe einfach gar nichts. Ich bin seit, weiß ich nicht, drei Stunden am Verhungern. Ja, gut. Da drüben ist wieder King of Elsa, vielleicht gehen wir da ein bisschen Essen spüren, da kommst du ja schon. Ich habe nicht mehr Essen, aber es wird schwierig. Nach, Junge, warum hat denn keiner was zu essen, wenn ich frage, ey? Ah. Bam, mich haben diese, diese, wie heißt die Dinger, die Phantome, haben mich auch schon angegriffen, das war echt ein wundervolles Erlebnis. Ja, mich haben sie angegriffen, als wir mit Dobby da rüber gelaufen sind. Nett. Und gerade eben bei Erz. Ja, ich gehe wieder zurück, ich muss noch was machen. Ja, viel Spaß, ne? Dann gehe ich jetzt rauf weg. Tschüss. Viel Erfolg. Danke, danke. Tschüss. Ah, okay. Ich war heute nicht sehr produktiv, glaube ich. Die Folge war jetzt wahrscheinlich auch etwas wieder lang, aber dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich bis dahin was zu essen bekomme. Aber wir fangen hier an, wo ich aufgehört habe. Das ist doch was super tolles oder nicht. Das ist wirklich was super tolles. Ah ja, mein Eimer zurückgebracht. Ja, okay. Sehr freundlich. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Auf bald. Ciao, ciao.